Amirates begrüßt Sie an Bord des Volkskartstadions. Dieses Stadion fasst 57.000 Fans und verfügt über 85 Eingänge sowie zwei Tore. Im Falle von Turbulenzen während des Spiels werden die Fanschals automatisch in die Höhe gehalten. Durch leidenschaftliches Schwenken des Schals stellen Sie sicher, dass die Spieler mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Wir bitten um Aufmerksamkeit für unsere vielseitig qualifizierten Flugbegleiterinnen, die Ihnen nun zeigen, wie man mit dem Ball richtig umgeht. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie sich heute für einen Netz entschieden haben. Nur der HSV!